... disadvantage... Yo! Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Soul Mask Wir stehen jetzt hier vor dem Barbahandorf Und haben wir da unten ein kleines Lager errichtet auf der anderen Seite dieses Steins Wow! Dann hoffen wir da rein hier her wrists weil wir nämlich wieder Lockettu neighbors sind Ja, kleines Lager Das Brennwinterall ist drin falls wir wirklich drauf gehen, haben wir da einen Spawnpunkt und natürlich eine Lagerfläche für unsere neuen Mitarbeiter Grün, den brauchen wir jetzt nicht ich möchte eigentlich hauptsächlich Handwerker du brauchst dich nicht heilen nehmen wir in erster Linie mal alles mit und dann sortieren wir aus oh, das war aber eine Elite-Wächter geborene Rebell ja 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 ja, rekrutierbar Level 18, Gold wir brauchen einen Kämpfer ich möchte ja da nur ein, zwei Kämpfer dabei haben kommst du aber, bitte danke ich möchte jetzt aber einen töten schaffst das du? komm hallo junge Dame oder Mann oder sie checkt leider schon oder er man weiß es ja nicht da kommt der level 12 den brauchen wir auf keinen Fall können wir gleich weg putzen verhalten den putzen wir gleich weg den braucht kein Schwein wo laufst du hier? nirgends ok hallo? warum weichst du aus? bist du blöd? nein die war vollständig geheilt ist die tot da ist der Rest von ihr 12 13 19 was bist du? Basiskrieger und du? Basiswächter die morgen ist bestimmt gleich vor die welle und vor den alarm ich will doch ein paar handwerker jäger mittlere jäger arbeiter ohne basis mh ja besser wie gar kein arbeiter vorerst in erster linie müssen wir natürlich mal verhindern dass die den alarm auslösen ich weiß nicht wo da der alarm fassen steht arbeiter du hast der arbeiter mal kümmern wir mal so ist markiert ok da gehts gar nicht auf hier gefangener dschungelpanther krieger wo wächter gold lütekrieger also da sind keine arbeiter was knurrt mich da? gut nein tu was das jetzt wenn ich die raus lasse greifst du dir oder mich an? das ist die frage ja anscheinend nicht mit dem bogen zerstören dann bleibs drin das ist glaube ich viel sicherer für mich mhm hmm ja das blockt das ist das draufe hmm hmm ich will doch nur arbeitskräfte oder lamus gelöst ronda 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 alarm einstellen totstellen, totstellen, totstellen ich bin doch gar nicht tot, ich bin doch gar nicht tot jetzt bin ich tot totstellen, totstellen totstellen verdammte Naht was ist jetzt kaputt warum kann ich da nicht spawnen der ist jetzt wirklich tot okay Wiedergeburt aha ja uncool warte mal das liegt mir Zeug natürlich da mittendrin Waffentechnik Waffentechnik nehmen wir mal die brose Fäustlinge mein Freund und gehen wir mal mit dabei dann halt sagen wir da mal da ein paar mal her das kannst du da mal wieder umdrehen alles klump allzu übermütig es waren zu viele dann der eine da mit seinem Superschlag da hat mich ganz schön zermalmt da mit seiner Drehsprungrolle da aber das haben wir gleich das haben wir gleich weil man so unser Zeug wieder ist ja Gott sei Dank nicht weit jetzt ist der wirklich tot dann das ist natürlich blöd mit dem habe ich nicht gerechnet muss ich ganz ehrlich sagen naja habe ich schon lange nicht mehr getan ich habe jetzt gerade gar keine Zeit für euch lasst mich mal durch da du auch noch naja gut das ist mein Todespäckchen da ist mein Todespäckchen da ist mein Todespäckchen ah gut 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 ich habe mit denen in den Unikämpfe mit den Fäustlingen hier nicht genug aus da ei 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 aber ich möchte eigentlich bloß Arbeitskräfte aber es scheint mir nicht vergönnt zu sein ich möchte jetzt mal die Null muss noch einmal Material wieder kommen aber die haben da mal auch Mausklustier rein müssen und deswegen hätte ich gleich wieder zurückziehen sollen dann hmm naja das haben wir alles das haben wir alles warte mal will ich das jetzt mitnehmen da den Schmarrn da haben wir das da rein gut los gehts bevor es dunkel wird was dunkel wird wir brauchen unser Zeug wieder schnell runter schnell runter schnell umrüsten nein die hat mich gesehen was bist du für einer bist du Arbeiter nein bist du nicht bleib weg von mir dann bleibst am lieben da brauchen wir jetzt eh nicht das kümmer auch gleich sling da brauche ich eh nicht kein nix legen dann lass das Fein wegwerfen brauchen wir eh nicht brauchen wir eh nicht brauchen wir eh nicht brauchen wir eh nicht kein nix legen gut wegwerfen legen was bist du Knochenpfeil das passt das können wir zerlegen das kann ich nicht zerlegen das kann ich nicht zerlegen das tun wir wegwerfen zerlegen sehr gut sehr gut so gehen wir wieder ins rennen jetzt bist du ein Handwerker weil du da was arbeitest Handwerker die hätte ich gern ich kriege jetzt die dass du nicht stirbst was ist schon Knopf zu kurz die Leine ist zu kurz nein es ist echt schwer da mit weiter zu kriegen ich weiß nicht was ich das schlagen soll ich brauche was schwächers lass das einmal damit zerlegen obwohl nein zerlegt ist aber lass mal das das hier hier du bist leider bloß Standard oder glaub noch mal herkalt der Hund die Schweine bleibt zu ruhig gell das nehmen wir mit das brauche ich alles nicht Kupferärzte nehmen wir mit und Bestien halten wir mit Alpaka Bibi bestimmte Verbände muss noch austauschen dann nehmen wir mit dann nehmen wir gleich mal einen her ja die haben die Waldhunde da gefangen schau dir das an da hätten wir zwei Alpaka Bibi ich kann es nicht raus ich kann es nicht raus ich kann es mir nichts tun das nehmen wir mit das nehmen wir mit das nehmen wir mit das kann drin bleiben ach so Knochenpfeile ach so wie Knochenpfeile genau dann nehmen wir das schon mal und das andere auch Knochenpfeile da ist nix drin da ist nix drin Butschertisch die kann ich nicht davon überzeugen für mich zu arbeiten oder wahrscheinlich nicht ok da geht es nicht auf viel ja müssen wir anders rum Knochenpfeil braucht man nicht Knochenpfeil Holzspeer nehmen wir mal den Holzspeer mit das nehmen wir mit das nehmen wir mit das nehmen wir mit ein Rescateau bleiben und statt eben da vielleicht ein Knochenspeer können wir das zerlegen das können wir zerlegen das können wir zerlegen das und das so geht es rauf mittlere Jäger Elite Wächter den da hinten hätte ich gern Zuarbeiter Elite uma Kima uma Kima sehr gut ah das ist ein Gefangener der Gute oder wie wenn jetzt die da raus los du der Arbeiter ja die hätte ich gern doch ich habe ja mehr da damit ich den anderen mit dem Bogen behaken kann wenn ich den einmal triffe bist du wieder tot Ich kriege einen Vogel. Nervt mich nicht. Don't get me on my nerves. Was denn? Wer denn schon wieder? Pluto, let him come over. Kim, Kim. Die hohe, don't let us. Die net. All of my guns replant. Die hohe, don't let us go. Also, du bist ein Gefangener. Das verwirrt mich total. Au. Du kannst sterben. Braucht keiner. Das ist nichts. Pröseps. Jajajajaja. Ist das anstrengend. Die Gebästchenhaut. Da waren noch Knochen. Pfeile. Ey, ich war da noch gar nicht. Warum ist da off? Klauenstammfarbe. Was man nicht alles findet. Wenn ich den jetzt raus lasse, bist du dann auf meiner Seite. Prost. Hallo? Bist du jetzt für mich oder gegen mich? Ja, komm. Du bist jetzt einmal ein roter Level 22. Überlebst du bist da oben? Äh, bist du runter? Warte, ich schmeiß dir mal schnell was rein. Gut. So. Du kannst noch ein Salz ertrinken. Nein, das geht nicht. Okay, du brauchst die Fleischbrühe, geh. Ja, die habe ich unten. Oder Pilz. Pilzsuppe geht? Pilzsuppe. Ja, die Zuppe geht. Gut. Jetzt komm mit. Ab nach Heme. Also, Zwischenlager. Ah ja, zumindest ein Teilerfolg. Ich bring den mal runter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir da weitermachen, wo wir jetzt gerade raufgehört haben. Mit der Weiterrekrutierung. Und Level auf Stieghof jedoch bald. Also, bis dann. Servus.